Der Landkreis Weilheim-Schongau liegt im Südwesten des Bayerischen Regierungsbezirks Oberbayern. Der Doppellendkreis entstand in der jetzigen Form 1972 aus einer Zusammenlegung aus Landkreis Weilheim in Oberbayern und Landkreis Schongau. Geografie Im Westen ist der Lech, im Kerngebiet die Ammer und an der Ostgrenze des Landkreises die Leusach das wichtigste Gewässer. Im Nordosten grenzt der Starnberger See an. Der hohe Peißenberg mit 988 Meter teilt den Raum Schongau vom Raum Weilheim. Höchster Punkt im Landkreis ist die Niederbleik bei Wildsteig mit 1589 Meter, niedrigster Punkt die Ammermündung bei Fischen am Ammersee mit 533 Meter. Der Lech markiert auch heute noch ungefähr die Grenze zwischen dem Bayerischen und dem Schwäbischen Sprachgebiet. Der Landkreis grenzt im Uhrzeigersinn im Norden beginnend an die Landkreise Landsberg am Lechst, Darnberg, Bad Tölz, Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen und Ostteilgäu. Geschichte Lange Zeit war das heutige Kreisgebiet mit einem dichten Urwald bewachsen und von Menschen unbewohnt. Die frühesten Funde menschlicher Aktivitäten stammen aus der späteren Steinzeit. Von der Pollinger Kultur stammen Funde von Henkeltassen oder Töpfen mit teppichartigen Verzierungen. Weitere Besiedlungsspuren stammen aus der Bronzezeit. Vor den Römern, die ab 15 v. Chr. in die Gegend kamen, waren die Kelten im Kreisgebiet. Die römische Provinz, zu der das Gebiet gehörte, hieß Rettin. Um 476 zogen sich die Römer zurück nach Süden. Dann kamen ins östliche Kreisgebiet die Bayouwaren und im Westen die Alemannen und bis heute gibt es hier eine Sprachgrenze zwischen dem bayerischen Dialekt und dem Lechreiner Dialekt. Im Laufe der Zeit hatten Franken, Welfen, die Hohenstofen, Huosi, Andex, Mehranier, Agileufinger und die Wittelsbacher die Herrschaft in dem Gebiet. Im heutigen Kreisgebiet wurden 1803 die Landgerichte Weilheim und Schungau errichtet. Sie gehörten zum Iserkreis, der 1838 in Oberbayern umbenannt wurde. Im Jahr 1862 wurden aus den Landgerichten Weilheim in Oberbayern und Schungau die gleichnamigen Bezirksamter gebildet. Am 1. Januar 1939 wurde wie sonst überall im Deutschen Reich die Bezeichnung Landkreis eingeführt. So wurden aus den Bezirksamtern die Landkreise Schungau und Weilheim in Oberbayern. Im Rahmen der Gebietsreform in Bayern wurde am 1. Juli 1972 aus dem Landkreis Weilheim in Oberbayern, dem Großteil des Landkreises Schungau und der Gemeinde in den Ried des Landkreises Marktoberdorf ein neuer Landkreis gebildet, der zunächst die Bezeichnung Landkreis Weilheim in Oberbayern erhielt. Einige Gemeinden im Norden des Landkreises Schungau kamen zum Landkreis Landsberg am Lech. Die Gemeinde Bad Bayer so ihren sowie mehrere Gemeinden im Süden des Landkreises Weilheim wurden den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölzwolf-Ratzhausen zugeordnet. Am 1. Mai 1973 erhielt der neue Landkreis den Doppelnamen Landkreis Weilheim-Schungau. Der Landkreis Weilheim-Schungau gewann zwischen 1988 und 2008 rund 23.000 Einwohner hinzu bzw. wuchs um ca. 21%. Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf den Gebietsstand vom 25. Mai 1987 Baudenkmäler. Wirtschaft und Infrastruktur Der Landkreis gehört zu den zehn deutschen Landkreisen mit der geringsten Arbeitslosigkeit. Das verdankt er seiner gewachsenen und ausgewogenen Wirtschaftsstruktur von Industrie und Handwerk, Landwirtschaft, Handel und Dienstleistungen. Der eine von Großbetrieben verursachte Monotonie fehlt. Handwerkliche und mittelständische Betriebe prägen das Wirtschaftsgefüge, fast zwei Drittel der Arbeitnehmer des Landkreises sind hier beschäftigt. In Weilheim ist das Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer für München und Oberbayern für fünf oberbayerische Landkreise angesiedelt. Die Einkommensteuerkraft je Einwohner lag im Jahr 2004 bei 291 Euro. Die Kaufkraft je Einwohner im Jahr 2005 lag bei 9457 Euro. Der Verkehr durch den Landkreis ist relativ ruhig. Das Autobahnnetz berührt den Landkreis nur im Osten. Die Kreisstadt Weilheim mit dem Bahnhof Weilheim ist ein Knotenpunkt des regionalen Eisenbahnnetzes. Die Stadt hatte im 19. Jahrhundert selbst die Initiative zum Bahnbau ergriffen und auf eigene Kosten die folgenden Strecken eröffnet. 1865, Tutzing-Pensberg-Pbf-Pensberg-Gbf 1866, Tutzing-Weilheim-Peißenberg-Nordunter-Peißenberg Die bayerischen Staatseisenbahnen erweiterten das Schienennetz durch die Verbindungen Peißenberg-Nord-Peißenberg und Weilheim-Murnau. 1898 folgte die Weiterführung von Penzberg nach Kuchel und die Verbindung Augsburg-Weilheim am Ammersee entlang. Die Stadt Schongau wurde 1886 zunächst parallel zum Lech mit Landsberg verbunden. Es dauerte über 30 Jahre. Bis 1917 von Schongau über Peiting die Lücke nach Peißenberg geschlossen wurde und somit Züge auch nach Weilheim fahren konnten. Schließlich folgte, schon unter der Regie der Deutschen Reichsbahn, im Jahre 1923 die Nebenbahn Schongau-Kaufbeuren. Diese wurde 1972 stillgelegt, ferner 1984 der Personenverkehr der Strecke Schongau-Landsberg, auf der jetzt die Augsburger Localbahn GmbH Güterzüge befördert. Für den Personenverkehr sind also noch etwa 75 Prozent des ursprünglichen Netzes von rund 100 Kilometer Länge in Betrieb. Politik Landräte 1. Juli 1972 bis 30. April 1978 Georg Bauer 1. Mai 1978 bis 30. April 1996 Manfred Blaschke 1. Mai 1996 bis 30. April 2008 Louis Paul Braun 1. Mai 2008 bis 30. April 2014 Friedrich Seller 1. Mai 2014 bis 30. April 2020 Andrea Jochner Weiß Bei einer Stichwahl am 30. März 2014 setzte sich Andrea Jochner Weiß mit 68,02 Prozent der Stimmen gegen Friedrich Seller durch. Dem Landkreis Weilheim-Schongau ist nach Beschluss des Kreistags und Zustimmung der Regierung von Oberbayern mit Schreiben derselben vom 21. Mai 1974 die Genehmigung erteilt worden, das nachstehend beschriebene Wappen zu führen. Der Löwe ist aus dem Wappen der Hohenstofen entnommen, die als Eben der Welfen seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert am Oberen Lech Rheinreich begütert waren und als schwäbische Herzöge, deutsche Könige und Kaiser eine bedeutende historische Rolle spielten. Der herrschauende Löwe ist zugleich Wappenzeichen der Welfischen Herzöge, wie es in Steingaden überliefert ist. Welfische Stammgüter lagen im Schungauer Gebiet. Der Abtstab unterstreicht die große kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung der im Kreisgebiet liegenden früheren Klöster Wessobrun, Polling, Habach, Bernried, Rottenbuch und Steingaden. Die Bergmannswerkzeuge Hammer und Schlegel, das sogenannte Gezeh, sind die heretischen Symbole für Bergbau und erinnern an den seit dem 19. Jahrhundert intensiver betriebenen staatlichen Pechkohlebergbau in Penzberg und Peißenberg, der in den 1960er Jahren seine größte Blüte erlebte und bis zur Stilllegung der Gruben 1966-71. einer Dekasekunde Wirtschaftsleben des Landkreises prägte. Die Tengierung des Hauptfeldes in Silber und Blau weist auf die wittelsbachische Landesherrschaft seit 1268 und die Zugehörigkeit zu Bayern hin. Das seit 1974 geltende Landkreis Wappen symbolisiert die Zusammensetzung des Verwaltungsbezirks aus den ehemaligen Landkreisen Schongau und Weilheim. Durch die Übernahme des Stauferlöwen aus dem früheren Schongauer Kreis Wappen und der Figur mit Hammer, Schlegel und Abtstab aus dem früheren Weilheimer Wappen wird das Hoheitszeichen beiden Teilgebieten des 1972 formierten Landkreises. Weilheim-Schongau mit Sitz des Landratsamtes in Weilheim gerecht. Städte und Gemeinden Schutzgebiete Siehe auch Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Weilheim-Schongau. Liste der Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Weilheim-Schongau Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Weilheim-Schongau Liste der Geotope im Landkreis Weilheim-Schongau Kfz-Kennzeichen Am 5. August 1974 wurde dem Landkreis das seit dem 1. Juli 1956 für den Landkreis Weilheim in Oberbayern gültige Unterscheidungszeichen WM zugewiesen. Es wird durchgängig bis heute ausgegeben. Seit dem 16. September 2013 ist das im früheren Landkreis Schongau vergebene Unterscheidungszeichen so genannt wieder erhältlich.